Hey Leute, herzlich willkommen zur ersten Folge der KCA Countdown Tour hier bei Nick, die hiermit beginnt. Yes, ja. Man, was waren das für KCAs in der A. Mega abgefahren. Grund genug, um zu feiern. Jawoll, aber damit war es das nicht bei den KCAs, denn wir haben unsere eigenen KCAs im Europa-Park in Rust am 8.4. ist es soweit. Nur noch 14 Tage, dann verleihen wir die beliebten Blimps in sechs deutschsprachigen Kategorien und es werden jede Menge Stars dabei sein. So viele Stars hat es in Deutschland, Österreich und Schweiz schon lange nicht mehr auf dem Orange Carpet gegeben. Darauf freue ich mich sehr und jetzt zeige ich euch mal mein KCA Mobil. Um euch das Warten, bis zur großen Show zu erleichtern, bin ich die nächsten Wochen hier unterwegs. Mit meinem KCA Mobil. Und was natürlich nicht fehlen darf, ist der Blimps. So, hier haben wir unsere KCA Wall. Zack. So, das ist es. Das ist mein Mobil, mit dem ich die nächsten Tage unterwegs bin und eure Lieblingsstars treffen werde. Wo? Dort. In meiner Chill-Ecke. Checkt das mal aus hier. Das ist meine Chill-Ecke. Auf diesem bunten Kissen werden die nominierten Platz nehmen. Mit denen werde ich ein bisschen quatschen, ein bisschen Quatsch auch machen. Darauf kann man sich auf jeden Fall freuen. Oh, und wenn ihr dieses Geräusch hört, ja, dann dürfen wir uns mega freuen. Warum? Komm, ich zeig's euch. Das ist unsere KCA Überraschungswelle. Die wird uns in jeder Show, in jeder Folge eine Überraschung verkünden und uns neugierig machen auf die Show am 8. April auf die Kids Choice Awards 2018 Deutschland, Österreich und Schweiz. Und wir gucken mal, ob schon was drin ist. Yeah, da ist sogar schon was drin. Eine Videobotschaft. Und dann schauen wir mal da rein. Überraschung. Surprise. Hallo, die Lochis hier. Und wir freuen uns so mega, nächste Woche den lieben Sascha zu treffen bei der KCA-Countdown-Tour. Aber davor haben wir noch eine Kleinigkeit für euch. Denn, ihr könnt was gewinnen. Ja, ihr könnt das KCA-Paket gewinnen. Was ist das KCA-Paket? Erzähl mal, hau mal raus. Da sind ganz viele tolle Sachen drin, wie zum Beispiel dieses wunderschöne T-Shirt. Ja, hier unterschrieben von uns, handsigniert. Da ist ein bisschen Slime mit dabei. Ja, dieser berüchtigte Slime. Der darf natürlich nicht fehlen. Und, warte. Hier, Roman. Aha. Diese coolen Cappies. Die ist wirklich stylisch. Ja. Und da hat man auch dieses Bad hier. Jetzt hab ich das schon Donde gemacht. Heiko, was muss man da machen, um dieses wunderbare Paket zu gewinnen? Erzähl das mal. Das ist eine gute Frage. Ganz einfach. Die Facebook- und Instagram-Feld von Nick upchecken. Da gibt es alle Infos. Genau. Und wir wollen, dass ihr alle mitmacht. Und wir sehen uns dann spätestens am 3. April. Und zwar im KCA-Wohnmobil mit dem Beam Sascha. Bei der Countdown-Tour. Genau. Bei der KCA-Countdown-Tour. Da gibt es eine Menge zu erzählen. Wir erzählen euch auch so ein bisschen unsere Geheimpläne bezüglich des KCA's. Und ja, in diesem Sinne ganz liebe Grüße und bis ganz bald. Eure Lochis. Tschüssi. Sehr nice, Leute. Die KCA-Countdown-Tour ist vollgepackt mit Stars. Jetzt muss ich mich erst recht darum kümmern, dass die Kids' Choice Awards 2018 Deutschland, Österreich, Schweiz auch der Wahnsinn wären. Und ich weiß auch schon, wer mir dabei helfen kann. So, denn, Freunde, ich habe in AA ein KCA-Spion. Ihr kennt ihn alle. Mein Kumpel und Nominierter in der Kategorie Lieblingssänger Deutschland, Österreich und Schweiz. Na, wisst ihr schon, wen ich meine? Genau. Mike Singer. Mike Singer hat sich die Show in AA angeguckt. Und mit ihm werde ich jetzt hier gleich sprechen. Ich guck mal, ob er online ist. Hey Mike, schön dich zu sehen. Wie geht's dir? Wie war die Show? Hey Sascha, mir geht's super. Das waren die krassesten Kids' Choice whatsoever. Also, LA ist so, so, so geil. Ich zeig dir jetzt auf jeden Fall noch ein bisschen die Gegend. Ich bin gerade am Wellness Beachwalk, was mega, mega cool ist. Hier sind immer ganz, ganz viele verrückte Menschen. Aber auch ganz viele coole Sachen, die ich zum Beispiel meiner Familie mitbringen kann. Ein paar coole mitbringen und mal schauen, was ich so finde. Was? Ey, Palmen. Wie cool. Mike, weshalb ich anrufe? Ich bereite dir ja in diesem Jahr die Kids' Choice Awards Deutschland, Österreich und Schweiz vor. Kommst du eigentlich auch zur Show? Na klar, ich will auf jeden Fall wissen, ob ich gewonnen habe und ich werde sogar auftreten. Yes, ich wusste, ich kann mich auf dich verlassen. Kannst du mir ein paar Tipps geben, was man für so eine richtig fette Show braucht? Auf jeden Fall. Also man braucht auf jeden Fall einen echt coolen Moderator mit riesen Muckis. Ja, der war gut. Ja, aber ich will gucken, dass ich noch ein bisschen trainiere. Mach dir mal keinen Kopf. War nur ein Witz. Für richtig coole KCAs brauchst du auf jeden Fall ganz, ganz viel Nickelodeon Slime. Was richtig, richtig krass war, hier waren auch richtig coole Slimies dabei. Das brauchst du auf jeden Fall auch. Okay, das schreibe ich mal mit. Slime. Was brauche ich noch? Du brauchst ein Mega-Outfit für ein Orange Carpet. Hier war der Orange Carpet mega stylisch. Okay, ich könnte ja noch mal gucken, was ich letztes Jahr anhatte. Äh, nee Sascha, echt nicht. Das geht auf keinen Fall. Auf dem Orange Carpet treffen sich alle Stars. Es werden Autogramme gegeben, Fotos geschossen, die Presse ist da. Du musst auf jeden Fall was Mega-Freshes anziehen. Okay, okay. Ein richtig cooles Outfit ist notiert. Weiter geht's. Die Kids Choice Awards haben tolle Kategorien wie Lieblingssänger oder Lieblingsschauspieler. Aber ich hab gehört, dass es ja bei uns in Deutschland, Österreich, Schweiz, dieses Jahr noch ganz neue Kategorien gibt, die es noch nie gab. Ich weiß, worauf du hinaus willst. Tolle Kategorien, das finde ich eine gute Idee. Das schreibe ich auf die Liste. Und Sascha, die Nominees müssen alle zum Event kommen. Oder du musst sie wenigstens treffen. Dafür musst du sorgen. Du hast recht. Ich sorge dafür, dass auf der Countdown-Tour und auf dem Orange Carpet es nur so von tollen Nominees wimmelt. Was brauch ich sonst noch? Für die richtige Stimmung sorgen natürlich auch die Fans. Ohne Fans geht eh gar nichts. Die ganze Show ist ja für die Fans. Auf jeden Fall ohne Fans keine Party. Ich finde, wir sollten mal ein paar Fans überraschen. Was auch immer gut kommt, sind Pranks. Also Pranks sollten auf keinen Fall fehlen. Yeah, Pranks sind immer gut. Ich frag Mo von Spotlight, ob der nicht vielleicht... Ey, du sollst jetzt nicht verraten, was ihr vorhabt. Okay, du hast recht. Aber es wird auf jeden Fall gut. Und hast du eigentlich schon an Musik gedacht? Also eine fette Show braucht unbedingt fette Beats. Dann hab ich eine gute Idee. Da frag ich vielleicht noch meinen Kumpel Fargo. Der rappt uns vielleicht einen KCA-Song. Okay, also Musik bekomme ich hin. Mega nice die Idee. Was mir sonst noch aufgefallen ist, der Moderator hier in L.A. war ja John Cena. Das ist ein richtig crazy Typ. Du brauchst auf jeden Fall auch solche Typen. Crazy Typen, die auch den letzten Langweiler vom Hocker reißen. Crazy Typen einladen, das schreibe ich mir auf. Und eins darf nicht fehlen, Sascha. Stimmung. Die Stimmung in L.A. war einfach mega. Ja klar, das wäre doch gelacht. Für Stimmung wird gesorgt. Okay, ich glaub, das war's. Wenn du das alles zusammenkriegst, dann wird die Schau am 8.4. in die Geschichte eingehen. Ey, fett Mike. Wir sehen uns dann hier zurück bei den Kids' Choice Awards 2018 Deutschland, Österreich, Schweiz. Und dir drück ich dann natürlich auch die Daumen, dass du den Blimp abräumen wirst. Mach's gut, Sascha. Komm gut wieder heim und grüß mir, L.A. Super, der Countdown läuft, Leute. Und auch die Spotlights. Der Spotlight-Cast macht sich warm für die große Show des Jahres und zeigt uns jetzt mal ihr Gesicht, wie es aussieht, wenn es heißt, ich kann's kaum noch erwarten. Und da schauen wir jetzt mal rein. Oh, was für ein Gesicht, ey. Der Spotlight-Cast, der ist aufgeregt, das kann man sehen. Und der freut sich genauso wie ich auf die große Show des Jahres. So, das ist meine Checklist. So sollte sie nach 14 Tagen aussehen, wenn es nach Mike geht. Nominees, tolle Kategorien, Fans, Slime, Pranks, Musik, Stimmung, Orange Carpet und Crazy Typen. Das werde ich besser schaffen, damit es eine gelogene Show wird. Also es gibt noch einiges zu tun. Los geht's. So, Leute, das war's für heute. Die KCA-Countdown-Tour beginnt jetzt. Wir sehen uns morgen wieder. Morgen habe ich Falco Punch zu Besuch. Mit ihm werde ich mich um die tollen Kategorien kümmern. Und dann sind es nur noch 13 Tage bis zu den KCAs 2018 aus dem Europa-Park. Bis dann, Leute. Macht's gut. Tschau.